gibt mir doch noch was gibt mir doch noch was nicht das aber so mache hier trifft er mich da auch wenn ich den jetzt hier mache so na toll war toll aber du brauchst drei erzen nur noch ne he wie soll ich das hinkriegen davon davon lässt du dich oder die beiden drogen noch nie noch habe ich dich auch schon noch vier herzen wo man das wird sowieso nicht jetzt so knieken dass es wo immer raus zack rein ich will das nicht machen bis ihr dann hier ist natürlich ganz schnell hierhin doch du kriegst mich nicht du kriegst mich einfach nicht nicht wenn sie es um so wo die ich wieder lassen mir auch keine schshipmen benutzen ja ich hab kein schlüssel kein schlüssel hier hat es allerliebst gibt es irgendwo noch kisten? ne ne? hab ich kein schlüssel poch 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 das ist ja echt herz allerliebst oh man ne gibt es echt nicht noch äh wieder hoch alter episch muss aber echt schnell sein wie vorhin zack hoch und zack hoch und zack runter boah das Ausweichskill immer noch das ist echt awesome mann das ist echt so ich wieder hier lang wie komm ich eigentlich schon hoch da oben ist bestimmt noch ein schlüssel und eine kiste da oben auch noch hier ist ein irgendwie so ne so ne durchsprengdinger was ist denn hier daneben ja schau mal kurz hier so auf die botte da ist hier so eine Kante liegen da bei mir neben äh vorne sind wir kurz wo ist denn das? da ist das? komm schon da hin da ist das da ist das da ist das aha gut gut ok versuche ich das mal noch so aha ok versuche ich das mal noch so wie ich das hier grad so gesehen habe was ich da hä 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 was sind das? komm schon hier weiter sooo sooo da gehen wir da einfach den Weg den ich mir da so ausgesucht habe so 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 wieder hier hin und wieder da hin oh man ey diese Spannung das ist der graße wahnsinn soo 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 wisst ihr ja was auf dem putz kriegen kriegst dir was auf dem kopf hier aber auf heile der wahnsinn dass ihr irgendwas wo man was machen kann so ist das hier wie wir das haben wir gesehen hier unten wo gott müssen wir auch was gesehen knapp die lindlin jetzt davon nichts sagen die zu blitzen sondern jetzt erst So, dann nehmen wir das hier und das hier, alle Bäder einfach, weil ich so bin. Na okay, wo ist das? Ist wohl ein bisschen sinnfrei. Hast du hier noch Herzen für mich? Was mir natürlich überhaupt nicht beeindruckt, mein Kollegen. Vorhin hat er mich ja nie getroffen, wenn ich irgendwie so stehe hier. Ha, getroffen. Oh, Mist. Drei hat sie nur noch. Machen wir erstmal die weg wieder. Dann will ich es nicht schießen. Krieg ich nochmal. Ha. Ewigstes Battle. Ah, natürlich. Falsche Seite. Ich habe doch keine Lust, dass du ein bisschen abschießt. Boah. Boah. Ein Battle. Ein Battle der Extraklasse. Boah. Ich glaube, ein kleiner 1 Millisekunde hätte er gleich auf sich verwandelt. Ein Blitzdienst. Ah, ein Herz. Neues. Boah. Hab ich ein Glück. Jetzt nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, jetzt. Jetzt geht's. Das ist nämlich sehr gut. Je, endlich. Je, die Karte. Du hast die Karte. Standort feststellen und ganze Map aufdecken. Und alle Köpfe, äh, niederschlagen. Herzen, please. Oh, bitte, Herzen. Bitte. Seid mal. Wow. Hat sich jetzt geschlagen. Oh mein Gott. Komm ich hier noch weiter? Ja, ne? Wenn ich jetzt hier lang lege und jetzt noch einen hier rein lege. Oh Gott. Krieg ich noch Herzen irgendwo her? Na gut. Schlüssel. Endlich hab ich Schlüssel den ich brauche. Bomben, Bomben. Ah. Sehr uncool. Was gibt's hier noch? Ah. Sehr gut. So. Da wären wir doch einfach mal. Oh Mist. So machen wir. Oh. Oh. So, 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 so. Flasche aufbewahren. Jetzt könnte ich mit der Goldene Biene machen eh. Keine Ahnung. Lass ich einfach jetzt frei. Und haben jetzt noch die andere Fee. In einer Flasche aufbewahren. Die tut lieber bloß Gegner machen, ne? Stubbe. Die macht ja echt nur Gegner. Ist ja Hammer. Hoho. Beste Devor. Beste. Boah kras wie die abgeht. Boah das echt Beste. Hoah Beste geht. Die goldene Biene. Boah ey Beste. Wie lange bleibt jetzt bei uns? Alles Freunde. Das wird ja echt Hammer. Oho. Wie die die Gegner zerlegt hat. Das ist echt Hammer gewesen. Das ist echt Hammer gewesen. Wissers halt nur nicht wie lange die jetzt bei uns bleiben. so ich sag ziemlich häufig so ne fällt mir grad auf so ein bissel gut hier kommt sie nicht mehr da ich mir schon wieder so ein episches battle liefern muss mit dem roten ich mach jetzt mal die frühen die nerven so tschüss so tschüss ha ich dich mal hab irgendwann echt episches battle ich schieße die pfeile irgendwie nicht da geh ich halt einfach ein riesiger so jetzt aber nicht schnell nein das ding kommt jetzt schon josh haben wir doch brauchen wir wieder unser alzwerk alzzeug werkzeug der schmiede eisernen hammer so ha wird er gelacht jetzt zum ende schier an der richtigen stelle mit schlüssel sogar ja ja kannst du mal sehen ba bumm seh immer noch oh kommt wieder maschdum maschdum ist es nicht hier schildkröte panzer schildkröte äh poch 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 oh gott oh gott aber man kann die mit dem auch gleich so töten dann ist ja geil oder halt 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 klein mit dem schwerträter was dann vielleicht am einfachsten geht boah ey was ein mist ich lass es heute mal ein bisschen ruhiger angehen darum rede ich ja manchmal gar nicht so viel weil ich einfach nur gespannt bin von der geschichte hier und ich nicht weiß wo es ja hingeht was ist das denn für ein Mist ah hier geht es mal ein oh man ey oh jetzt sind wir schon hier wow mach ich aber so wow 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 466 b b b b b ich hab mir das überhaupt mit 50 Pfeilen oh gott was ist das ach so ich wüsste aber wie man den besiegen muss ich glaube ja auch so ne genau nochmal eins da hingelegt nochmal eins da hingelegt nochmal eins da hingelegt das war glaube ich auch früher aber mein Lieblingspass bei der so einer Eisenmaske das sieht typisch geil aus irgendwie das sieht auch nicht typisch geil aus jetzt muss ich hier seine Maske schon mal hier zum sprengen bringen oh gott bring 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 ha direkt hingelegt oder direkt nicht hingelegt zack jetzt müssen wir glaube ich einen Bogen nehmen weil das so eh wie das eklig aussieht eigentlich oh komm noch nicht so nah oh gott wow wow natürlich getroffen j Navi auch auch mal � den ca kann die genau was Sooo, das war's! BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe. Boah, ist ziemlich einfach, oder? Finde ich so. Klingt eigentlich, ne? Dulelinglingling... Oh hier, ein Kristall. Yeee, Kristall! Aber da war da ganz gut gelöst, hätte ich gesagt. Nee, übelst geil gelöst, Mann! Oh, eine der sieben Weisen. Mit unseren Kräften hat er sich, hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen, doch das Tor ist nicht ganz auf, wir haben noch eine Chance, sieben Mädchen, allesamt Nachfahnderweisen, können gemeinsam den Zutritt zu Gannons Versteck öffnen, ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden, mit dir würde es uns gelingen, Gannons zu bezwingen, dann kann ich wieder ich selbst sein und gerade durch dieses Kling, und dann die Kennzeichen, hast du alles verstanden? Ja klar, möge der Weg des Helden dich zum Prifors führen, yay!